servus meine lieben freunde einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren folge von city skylands schön dass ihr wieder mit dabei seid und wir befinden uns an unserem schönen neuen mischgebiet was sich hier mittlerweile glaube ich ganz gut aufgebaut hat ich bin wirklich sehr gespannt wenn wir das über die ganze fläche hier noch ausbreiten wie sich das entwickelt wie das dann aussehen wird ob man den unterschied überhaupt wirklich heraus sieht auch wenn man das dann begrünt hat aber ich glaube es läuft bis jetzt ganz gut viel verkehr ist jetzt noch nicht wir haben eher andere probleme mit verkehr da müssen wir uns glaube ich aber irgendwann mal eine komplette folge für widmen muss man mal gucken das war der verkehr vielleicht ein bisschen unter kontrolle bekommen was ich schon mal sehen was mich sehr freut ist dass dieser kreisverkehr sag ich mal dass es nicht sich nicht mehr bis zum kreisverkehr hier staut vielleicht ist es wirklich gar nicht so schlecht gewesen ist müssen aufzuteilen mit den auf- und abfahrten obwohl ich nicht glaube dass das so ein riesen unterschied macht hier haben natürlich immer noch ein bisschen verkehrsaufkommen das ist ganz klar aber so im großen und ganzen sieht es aktuell ganz gut aus ja ich hoffe dass die busse das einigermaßen gut regeln da bin ich sehr gespannt da werden wir hoffentlich wenn ich nicht vergessen nach der folge oder halt am ende der folge nochmal nachschauen wir haben ja glaube ich was waren es denn vier bis 500 leute die irgendwie wöchentlich mit bussen gefahren sind und mit den neuen linien muss ich das jetzt erstmal ein bisschen abwarten und ein panel natürlich genau wir gehen aber heute vom mischgebiet ein bisschen weg also dass die nachfrage ist einfach nicht so groß ist wir haben gewerbliche nachfrage und industrielle deswegen dachte ich mir kommen wir fangen mal mit dem an also wir gehen hier wieder zu unserer hafenanlage hier steht ja noch nicht viel mit also von industrie her und der plan war ja hier so einen kleinen steinbruch reinzubauen und natürlich hier für erzabbau dann zu sorgen die sache ist ich bin mir noch nicht ganz sicher ich denke mal ich werde für die erzindustrie sag ich mal das industrie deal sie verwenden hier weil das einfach von sag ich mal diese diese erzmine die sind diesen schaufelrad bagger also nicht so das hast du halt bei dem normalen nicht und so kann man das glaube ich ein bisschen besser gestalten sondern ein kleines gebiet werden damit die finanzen nicht so durch ach keine ahnung nicht so durcheinander entsteht dass man auf einmal wieder so viel geld verdient und das man dann wieder ins minus hat da muss man ein bisschen aufpassen habe ich ja schon mal drüber geredet weil ja der export von den ganzen waren die ja immer geld einbringt aber auf dem davon natürlich keine großprojekte starten oder sollte man nicht finde ich nicht so toll hat bis jetzt zwar immer ganz gut funktioniert aber du hast halt immer schwankungen von plus 30.000 bis minus 10.000 mit viel zu viel industrie baust deswegen machen wir hier so ein kleines gebiet rein und ich glaube das könnte ganz hübsch aussehen wir müssen mal ganz kurz spiegel vom gebiet her was wir hier für gebiet machen können so hier müssen wir mal schauen mit der straße wie es hier weitergeht das sechs spore genommen das sind die großen nur hier hinten die hier die hier ist es die hier einfach mal so durchlaufen lässt dass man ja schon mal den anschluss ins gebiet rein hat das schwierige wird jetzt so ein bisschen die ganzen stein formationen sein dass man das irgendwie auch hinbekommt wir haben hier es hat immer so lang gezogen hier mal ein bisschen gucken dass man hier vielleicht so eine art dass es wirklich wie so eine mine halt auch aussieht ist ja auch wirklich auch steine dargestellt sind aber das irgendwie hinkriegen was haben wir hier die sehen interessant aus das ist halt hier auch so ein bisschen als erzindustrie dann auch durchgehen mag ich hoffe das gelingt uns einigermaßen soll halt auch nicht irgendwie zu viel wirken ich bin sehr gespannt ob es uns das gelingt sondern hier das sind solche die braucht man nicht die haben wir halt die noch die sind halt auch irgendwie geil sehen halt farblich schon wieder ganz anders aus es passt halt irgendwie also zwei arten das farblich passt ganz gut zusammen aber wenn man nicht dazu passen gucken wir werden jetzt erstmal ganz kurz in dem gebiet wir werden das zu einem erzgebiet machen und zwar gibt es ja hier für erz das hauptgebäude stand haltung aber hier ist das ne das hauptgebäude was wir hier an die ecke anbringen damit sich das dann auch hier entfalten kann es wird wie gesagt nur ein ganz ganz kleines gebiet aber kleine gebiete sind schön wir brauchen müssen mal schauen mit den oh gott das ist das ding riesig ich muss muss mal ganz kurz ein bisschen gucken was habe ich denn jetzt hier gebaut das ist die kleine das ding ist viel viel zu groß schade das funktioniert nicht okay müssen wir das ein bisschen anders hier gestalten was haben wir hier eine erzschleifmühle das wird echt kuschelig hier ei 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 du ist ein ganz ganz kuscheliges gebiet okay das wurde es muss halt ein bisschen realistisch für mich auch aussehen da sind wir gerade beim knackpunkt aktuell angekommen muss halt auch irgendwie sinn ergeben das ganze gebiet wenn wir das hier oder ja das ganze gebiet das ist halt super klein ne eine glasfabrik so Sachen brauchen wir halt dann nicht wir nochmal genau genau wir exportieren einfach das ganz normale material wir wollen ja nochmal irgendwo eine ganz ganz große mine bauen ich habe hier schon mal ein bisschen drüber geredet so klein aber vielleicht doch ein bisschen fein ich weiß noch nicht das ist halt hier mit den okay da muss halt erstmal vielleicht ein bisschen sand geliefert werden dass es mal was aussieht ich schaue mal ob ich hier ein bisschen was mit bäumen hinkriege mal schauen wir nehmen natürlich unsere altbekannten und super immer verwendeten diese bäume effektiv ist es auf jeden Fall hier nicht ein bisschen was bringt es uns vielleicht ein ich denke mal das ist in Ordnung ein bisschen was bringt es uns ein vielleicht kann man so ein bisschen für die Geschichte für die Story dahinter ein bisschen erzählen dass es halt hier vielleicht ein Gebiet ist was gerade erst sich aufbaut hier ist halt noch ein bisschen alles verwachsen da wird dann irgendwann mal ein bisschen umgebaut noch keine Ahnung auf jeden Fall haben wir hier so ein kleines Erzgebiet wir haben Abbau wir haben hier eine Schleifmühle jetzt brauchen wir hier noch eine Sache wir müssen das Gebiet erstmal ein bisschen größer noch machen und müssen hier noch ein bisschen für Unterkünfte sorgen weil die haben ja schon einen sehr weiten Weg genau Arbeiterunterkünfte ähm interessant wegen der Brücke oder wie so achso warte mal wir müssen noch mit dem Strom gucken habe ich nicht die haben hier Strom gemacht ah ok 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 ähm schauen mal, dass man hier so ein bisschen die Verbindung auch aufbaut wie sieht es denn hier aus das müssen wir mal ein bisschen angleichen alles, hier haben wir jetzt halt die Probleme mit dem Gelände so ein bisschen nichts was wir nicht gemeistert bekommen ein bisschen schön angleichen hier alles ist es irgendwie besser geworden naja gut, nicht unbedingt was könnte man hier reinbasteln, hier haben wir jetzt praktisch die Erzindustrie was ja auch eigentlich ganz cool ist ist die Sache, was man halt hier irgendwie noch zwischen reinbastelt wir haben warte mal, ich habe eine Idee ist das hier mit drin, ne hier mit drin, ne wo waren die denn genau, man könnte hier aber vielleicht so als Verbindung versuchen, ein bisschen mit Lagerhäusern was aufzubauen ein Lagerhof könnte halt hier mein Gott, das ist denk riesig aber es sieht geil aus, oder? gucken wir mal, wie es aussieht ah, das hat hier ein bisschen aufgeschüttet oh nein jetzt wäre das mega cool gewesen was kommen wir denn hier noch vor mein Gott, was ist mit dem Lagerhaus verkehrt ist nicht ganz perfekt das kriegen wir halt auch nicht hier verbessert, ne warte mal oh doch oh so aber hier jetzt nicht das hat leider nicht funktioniert ey, das gibt's doch nicht kann man denn so hässlich nur aussehen ähm so war ich nicht ah, das gibt's doch echt nicht soll dann einigermaßen gleich aussehen ja, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe da war vielleicht ein bisschen ein großes Lagerhaus das ist jetzt halt auch wieder zu lang und ihr seid oh Gott ein Lagerhof ein kleines Lagerhaus ich bin hier mehr am rumprobieren als dass es glaube ich nach irgendwas aussieht wird hier natürlich auch normale Industrie jetzt aufbauen das Vorschlag kam auch noch dass wir hier am Wasser dann auch praktisch noch eine Straße bauen das Kommentar habe ich erstmal falsch verstanden da habe ich erstmal was komplett Falsches darauf geantwortet ich habe gemeint ja, das kommt in der nächsten Folge ja dabei habe ich bin ich von was ganz anderem ausgegangen das der Herr meint habe ich mir aber da auch schon geantwortet das wird man auch ausbessern so sieht halt es schüttet halt extrem auf ja aber gut das ist nicht so wild so hier werden wir jetzt gleich Strom bekommen hoffe ich mit dem großen Lagerhaus ich weiß es noch nicht ob das irgendwie Sinn ergibt hier gerade vielleicht bauen wir das auch wir lassen es mal hier stehen was kosten wir mal was kosten mich die Dinger denn das kostet mich 128 guck mal das kostet das ist ja nichts das kann man mal so laufen lassen finanziell sind wir da ganz gut abgesichert einfach mal dass die Industrie hier so ein bisschen noch hoch arbeitet und dass man vielleicht hier wenn man dann wirklich eine Verbindung hier entlang macht als Straße dass sie hier halt irgendwie endet das glaube ich ganz okay würde ich behaupten das sieht halt ja ich weiß nicht das Lagerhaus das kann man eigentlich weg es lohnt sich da drin nicht es passt nicht rein es sieht nicht gut aus machen hier normale Industrie warte mal was hätten wir denn hier noch für Möglichkeiten was würde hier reinpassen Feuerwehr wäre hier natürlich auch nicht schlecht irgendwo sind wir fast sicher ja ist jetzt für die Einbahnstraße nicht so optimal aber es sollte reichen ähm es passt nicht was würde denn da für ein Gebäude reinpassen als was würde denn da reinpassen Müll ich könnte so ein bisschen in sag ich mal Müll hier rein machen und dann haben wir hier praktisch wir haben jetzt zwar zwei Müll halten die ist aber voll die sind anscheinend ein bisschen überfordert hier dann passt das ja mehrere Probleme sogar auch die große ja dann hast du dich jetzt bist du jetzt Entleerung doch ja dann baut sich das so und haben wir hier noch ein bisschen was für Müll getan dass das auch schön abgeholt wird so das ist jetzt im Betrieb jetzt müssen wir mal schauen das hat uns jetzt natürlich ein bisschen zurückgeworfen finanziell gesehen auch natürlich die zur Müllverbrennung hier gar keine Frage so mit dem großen Lagerhaus da haben wir haben wir uns glaube ich nicht so den Gefallen getan bis jetzt bin ich mir noch nicht ganz sicher wie wir das ich probiere mal ein bisschen rum das ganze hier vielleicht cooler aussehen könnte ich weiß es noch nicht das schöne wenn wir hier rumschieben können wie wir wollen vielleicht probiert das irgendwie so weil hier soll ja auch noch Industrie entstehen die Nachfrage nach Industrie ist ja eh groß ganz stark machen wir das mal kurz hier weg kann man das nämlich hier selber ein bisschen anpassen das auf jeden Fall hat eine Schräge hier genau genau so das ist auch von der Höhe nicht schlecht hier snappen dich mal wieder dass du hier gerade weiterläufst das ist auch Um, 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 um. So sieht es schon mal ganz gut aus. Als Verbindung machen wir hier was Größeres an Straße. Das heißt, wir haben hier zwei Verbindungen. Wir werden mal ganz kurz hier alles... Wir werden das alles hier über Stoppschilder regeln. Und werden das hier doch nochmal ein bisschen kleiner machen, damit es mit den Stoppschildern auch Sinn ergibt. So und so. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht aufgehoben mit den Stoppschildern. Wir gucken nochmal daneben. Das sollte passen. Das funktioniert eh. Hier machen wir das Gleiche. Wo hier eine Kreuzung eigentlich überflüssig ist, aber die lassen wir erstmal. Was kostet... Was kostet uns das denn hier alles? Hallo? Kann ich nicht anklicken? Hallo? Jetzt geht wieder... Das kostet uns ja fast gar kein Unterhalt hier alles. Was ist denn so teuer gewesen? Dass der Unterhalt so runtergegangen ist. Irgendwas ist teuer gewesen. Naja. Gut. Dann machen wir hier... Auch Industrie nach oben. So sieht das, glaube ich, besser aus. Das ist, glaube ich, nicht der beste Anschluss für ein Lagerhaus. Oder für so ein großes... Doch, für so ein Lagerhaus. Aber, ja, ich meine, im Großen und Ganzen ist hier jetzt, glaube ich, eh nicht ganz so viel los. Wäre das ein bisschen mehr dadurch, dass man halt jetzt hier die Industrie nach oben baut. Aber es entwickelt sich, glaube ich, in eine ganz gute Richtung hier alles. Jetzt müssen wir hier nochmal schauen, dass man... Es ist so ein kleines Industriegebiet. Ein kleines, aber feines, ne? Das sieht irgendwie auch interessant aus. Da dürfen wir jetzt nicht so ganz große Gebäude natürlich aufbauen. Mit so einer kleinen Straße können wir das auch so ein bisschen kleiner gestalten alles. Ein bisschen kleinere Industrie. So. Hier kann man auch ein großes Gebäude wirklich draus nehmen. Ist falsch. Weil dann, sag ich mal, entwickelt sich doch das Industriegebiet in eine ganz interessante Richtung, wie ich finde. Und ich glaube, das wirkt auch ganz cool. Das muss man hier und da noch ein bisschen ausbessern. Hier hätte ich so ein bisschen ein grüneres Fleckchen Erde gemacht. Mit auch so... Echt. Ich habe hier noch so ein bisschen Stein reinmeißelt. Ein bisschen kleiner Stein. Was haben wir denn hier noch? Das sind die kleineren. Ich brauche größere. Das ist halt deswegen hier nichts aufgebaut worden ist. Ja, ich glaube, das entwickelt sich ganz gut. Das entwickelt sich ganz gut. Wir müssen mal hier ein bisschen das im Auge behalten. Ich glaube, hier wird nicht viel passieren mit der Erzindustrie. Ich bin mal gespannt. Wöchentliche Kosten durch den Import des Rohstoffs. Gesamtprofit. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Doch, das ist eine Erzmine. Also die produziert Erz, ne? Ja. Wahrscheinlich nicht so viel. Und die importieren halt für Metalle. Da müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, dass man das alles auch ein bisschen anders hinbekommt. Da ist das Mogeltool hier gar nicht so schlecht, dass man halt hier wirklich gucken kann mit Erzen. So, wie sieht das denn auf der Karte aus? Ja, guck mal. Da ist ein gutes Erzverkommen. Die verbrauchen sich ja bei mir auch nicht. Habe ich extra auch so eingestellt. Weil das ist halt immer dumm, wenn die Gebiete wieder abbauen muss. Das weiß ich nicht. Hat mir nicht so zugesagt. Ähm, das machen wir hier. Das machen wir da rein. Und dann eben mir das ein bisschen an. Das sieht... Sieht irgendwie perfekt aus. Warum habe ich das da vorne nicht hingekriegt? Süddele. Ähm. Die Sache ist... Ich würde gerne hier ein bisschen... Ich würde hier gern so einen schönen Radschaufel-Bagger reinbekommen. Ach du Große, sind die riesig? Oder kriege ich... Oder auch nicht? Habe ich mir gerade anders überlegt. Was soll ich denn hier hinkriegen? Uiuiui. Warte mal. Probieren ein bisschen was. Äh. Hm. Warte mal. Wir messen erstmal ganz kurz. Wenn ich so einen hier hätte. Den könnte ich hier reinstellen. Okay. Jetzt wird es kriminell hier alles. So. Moment. Das jetzt gut aussehen. Dafür garantiere ich nicht. Aber. Kriegen wir schon hin. Wenn ich jetzt hier... So mache. Mal ganz kurz. Äh. So. So. Und jetzt hier die Erze. Momente mal. So. Ein bisschen das Öl weg. Das ist jetzt hier. Hier muss ja eh kein Öl sein. Das ist ja okay. So. Wir machen jetzt hier Erze. Du 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 du. Erz. 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 So. Gut. Das haben wir schon mal. Jetzt nehmen wir mal die große Straße. Das ist ja die sechsspurige. Hier. Die haben wir ja noch. Machen das mal in die Richtung und sagen der Straße sie soll dann irgendwann in die Richtung verlaufen. So. Gut. Jetzt haben wir so einen Radschaufelbagger. Hier ist sich zum Beispiel eingliedert. Der passt da aber auch genau rein. So ehrlich muss man sein. Jetzt müssen wir alles ein bisschen dekorieren. Okay. Das ist eine mega interessante Geschichte hier. Ich liebe so Sachen. Ja. Wenn es sich vielleicht nicht ganz realistisch ist. Hin und her. Aber ich liebe so Sachen. Einfach nur. Ich finde das so super. Ich würde es ein bisschen weniger leer machen. Bitte. Hier müssen Leute arbeiten. Jetzt kommen halt. Jetzt kommen die schwierigen Sachen. Jetzt muss man das hier irgendwie anpassen. Warte mal. Dann nehmen wir die kleineren Steine. Ach. Das war nicht so gut. Oh Gott. Ich finde es ist verschoben. Nein. Das ist okay. Das ist halt hier eine Nummer zu steil alles. Das ist hier wegen der Straße halt viel zu steil. Schwierig. 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 Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier oben. Machen hier oben erstmal eine Unterteilung. Ich habe keine Ahnung wo die erste hin ist. So. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Absicherung für die Herrschaften. Ach du große. Ja wenn das so steil ist funktioniert das halt nicht. Die sind halt aber auch riesig. Mal ganz kurz. Wir haben hier hinten die hier. Selbst die würden hier nicht gut aussehen. Aber das sieht hier glaube ich ganz geil aus. Schau ich das mal an. Uhuhuhuhu. Small. Das sieht doch nett aus. Das sieht doch wirklich nett aus hier. Ja. Ja. So kann man das sogar in die eine oder andere Richtung verkaufen. Oder? Was meint ihr? Ja. 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 Und das sieht doch jetzt. Also hier und da wahrscheinlich muss man nochmal ein bisschen nachbessern. Zum Beispiel wie ich hier. Mal ein bisschen gucken, dass wir da oben halt auch noch Stein haben. Sonst sieht es ja ein bisschen komisch aus. Jetzt habe ich auf jeden Fall das geschafft. Jetzt habe ich hier meinen geliebten Ratschaufelbagger. Ich liebe den einfach. Ich finde den so schön. Und dann habe ich das einfach mal an. Cool das aussieht. Jetzt habe ich die Produktion gesteigert dadurch. Die Hoffnung ist jetzt halt dafür, dass wir das Zeug nicht importieren müssen. Das bringt mir, wenn ich, sag ich mal, R zu importieren und Metall herzustellen. Das bringt mir jetzt nichts. Wir haben bis jetzt noch nicht Profit damit gemacht. Aber das könnte Profit dann werden, wenn der Import aufhört. Und der Export dann boomt. Aber guck mal, das sieht doch, das sieht doch irgendwie schon cool aus. Wenn man jetzt hier hingeht, hier drüben, kann man meinetwegen auch nochmal so ein bisschen da mit rumspielen. Okay, vielleicht nicht mit denen. Na. Und kann jetzt hier mit Bäumen und Büschen dann ein bisschen arbeiten. Dass man hier zum Beispiel jetzt gar nichts anderes hinbaut. Was haben wir denn hier? Wir haben doch hier immer schöne Büschchen gehabt. Dass es ein bisschen eine offenere Fläche hier ist. Ein Busch, der richtig cool da aussehen würde, glaube ich. Ich finde ihn leider noch nicht mehr. Haben wir den direkt hier irgendwo gehabt? Der war doch irgendwie näher. Der hier war das, glaube ich. Der ist von der, vom farblichen Aspekt und so passt der perfekt zu den Steinen. Kann man nämlich hier oben auch noch ein bisschen was. Das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Das ist ein bisschen arg steil hier. Na guck mal, so wirkt das ja auch ganz cool. Die Brücke beginnt halt ein bisschen früher, aber das ist ja okay. Das ist ja noch abgestützt. Dann geht ihr da drüber. Das wirkt schon geil. Du hast hier eine Straße, die rüber geht. Du hast hier dieses Erzgebiet. Diese Mine, also diese kleine Mine. Und das Zeug ein bisschen anzuteasern. Ich möchte hier eine riesengroße Erzmine bauen. Und da möchte ich gucken, dass man hier bei dieser Autobahn einen ziemlich coolen Anschluss dafür macht. Ich habe noch absolut keine Ahnung wie. Das wird ein Riesenprojekt. Und über dieses ganze Tal hier eine Mine ist, dass man von oben, wenn man über diese Brücke fährt, da diese Radschaufel, Bagger und das ganze Zeug sieht. Deswegen reicht uns das kleine Eck hier einfach mal so ein bisschen aus. Ich finde die halt super toll. Und es würde halt super da unten reinpassen. Und deswegen will ich das da mal angehen. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann funktionieren wird. Deswegen ist dieses Gebiet jetzt nicht ganz so wild und so wichtig. Das ist einfach, glaube ich, hier eher für die Optik gebaut. Und ich glaube, das wirkt auch im Großen und Ganzen ganz nett, das ganze Gebiet. Würde ich jetzt auf jeden Fall mal behaupten. Wir werden jetzt hier drüben nochmal... Das... Äh, werden wir nicht. Das lohnt sich halt gar nicht. Das heißt, hier haben wir soweit die Industrie... ...mal so ein bisschen angefangen. Jetzt wollen wir uns mal verkehrstechnisch gucken, wie das dann funktioniert. Was wir jetzt mal schauen werden... 73 Prozent, das wurde schlechter, nicht besser. Ist auch stark. Ist aber auch nicht so wild. Ist immer noch okay. Müssen wir mal wirklich drangehen. Ich will mal schauen. Es fahren 604 Leute pro Woche mit dem Bus. Das heißt, unsere Buslinien, obwohl wir eine weniger haben, transportieren mehr Leute. Wir haben... ...aber halt auch extrem viele Fahrzeuge im Einsatz. Die haben wir ja runtergedreht damals, ja. Wenn ich jetzt überlege, in einem Bus passen 30. Wir haben jetzt hier, sag ich mal, da bräuchte man maximal hier 10 Busse. Wir haben hier 16 Fahrzeuge. Ist ja noch okay. Das ist, glaube ich, von der Länge her gesehen, von den... ...von den Strecken einfach, hat man hier halt ein paar mehr Busse. Wir müssen das ein bisschen anders... ...werden hier mal ein bisschen das... ...ä... ...werden das hier mal auf 12 machen. Und dann wird es auch wieder runtergehen, leider. Aber es ist verkehrstechnisch besser. Guck mal, 25 hier für 190 Passagiere. Das ist nichts. Da gehen wir runter auf... ...weil die Tour ein bisschen länger ist. Auf 15. Klar, die müssen ein bisschen länger warten. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange die halt warten. Und hier gehe ich halt auf... ...13. So. Erstens billiger für uns. Zweitens halt... ...haben wir weniger Stau. Hoffentlich können wir das so ein bisschen halten. Die Touren sind lang, aber man kann ja auch mal ein bisschen warten. Also ich denke mal... ...auch wenn das lange Touren sind, ist das okay. Guck mal hier von den Bussen her. Ich habe vorher schon mal wieder so eine Kolonne gesehen. Das muss halt auch nicht sein. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden ja eh demnächst die U-Bahn wahrscheinlich auch anfangen. Wir haben jetzt... ...ja, 720.000 Einwohner. Da geht noch ein bisschen was. Naja, das kann man noch ein bisschen aufstocken. Derzeit, wo das hier so ein bisschen... ...sag ich mal, als sich alles eingekriegt... ...kann wir auch mal hier wieder was Tolles machen... ...und können hier die Straße hier weiterbauen. Hm, ich muss noch gucken, wie ich das mache. So auf jeden Fall nicht. Hm. Mach mal hier das mal ein bisschen anders, das Gebiet. Doch lass mal so anschließen. Hm, 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 hm. 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 Wir haben jetzt hier die großen Straßen. Hier reichen ja die kleineren Straßen. Finde ich auf jeden Fall. Hier kann man vielleicht auch nochmal so eine. Bisschen rein verlaufen lassen. Ist ja auch ein bisschen Randgebiet hier alles. Aha, denke ich mal. Ja, ist das schon in Ordnung. Guck mal, das passt da schon ganz gut. Hundepark. Was haben wir dann hier noch? Hm, denke ich mal ganz okay. Dann können wir hier nämlich ein bisschen Gewerbe nach oben ziehen. Gewerbenachfrage ist ja eh gerade vorhanden. Und dann machen wir hier, dass es halt hier auch mal ein bisschen voller wird. Lassen wir hier die Wohnhäuser nach oben ziehen. Ein bisschen lockereres Gebiet. So. Ne? Na, so. Ja. Aber hier hinten nochmal. Was hier ein bisschen kuscheliger alles wirkt. Weil dann haben wir das Gebiet auch schon mal so ein bisschen befüllt. War jetzt keine große Sache. Sachen kann man halt nebenher immer wieder ein bisschen machen. Gerade wenn man, ja, so größtenteils das, was man so vor Augen hat, das schon mal erreicht hat, was einem gefällt. Kann man jetzt hier mal so ein bisschen auch nochmal ein bisschen grünen hier. Ja. Hm. Hm, hm, hm. 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 IT-Clusters sehen halt so toll aus, finde ich. So viel mehr Platz haben wir aber nicht. Aber guck mal, das reicht ja auch schon aus, was wir hier gemacht haben. Super, weil hier vorne vielleicht noch ein bisschen was mit roten Büschen hinmacht. Okay. Da wirkt es doch auch schon mal ganz anders. Simpel, schnell, gesampelt. Ist okay. Schön. Ja, was ich hier drumherum mache, das weiß ich leider noch nicht. Das ist eben so diese Sache. Das muss man mal überlegen und was man nächste Folge machen, müssen wir auch mal überlegen. Ist ja immer so, ich gehe auf die Karte, ich gucke mir die halt ein bisschen an und dann kommt mir vielleicht irgendwie eine Idee, was man angehen könnte, was ich probieren möchte und so mache ich das dann. Manchmal habe ich auch so das ein oder andere Kommentar, wo ich dann drauf eingehe und probiere das ein bisschen zu bearbeiten. Es kommt immer drauf an. Verkehrstechnisch, wie gesagt, haben wir auch die absolute Katastrophe. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das Gesamtbild sieht doch mal mega cool aus, oder? Du hast hier diese Stadtkern und du hast hier der Anfang hier rechts. Dann hat sich hier so eine richtig tolle Stadt entwickelt, wo wir hier noch ein bisschen begrünen müssen. Dann kommt hier das Industriegebiet und hier hinten halt auch noch mal Industrie. Das wirkt schon mega geil. Guck dich das an. Wahnsinn, oder? Das ist das, was wir heute auf die Beine gestellt haben, was, wie ich finde, sehr gut geworden ist. Ein bisschen Abwechslung haben wir drinnen durchs Lagerhaus, durch die Erzindustrie. Ich bin froh, dass ich so meinen Ratschaufelbagger da hingekriegt habe, dass er da noch reingepasst hat. Jetzt wirkt das mit der Auf- und Abfahrt hier schon mal einiges cooler, würde ich mal behaupten. Jetzt haben die auch was zu gucken, wenn die da fahren. Oh, guck mal. Ja, auch die da drüben. Eine schöne Sache geworden. Gefällt mir sehr, gefällt mir sehr. Ich hoffe natürlich euch auch. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Wir werden uns hoffentlich auch in der nächsten Folge, damit ihr das seht. Und in dem Sinne wünsche ich euch was. Macht es gut. Und ja, schreibt fleißig Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.